Einen wunderschönen guten Morgen in die Runde und herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Bitcoin momentan bei 69.500 US-Dollar, wir sind bullisch in die neue Woche gestartet und das nachdem es am Samstag bei der Bitcoin-Konferenz keine wirklich überraschenden Neuigkeiten gab. Trump hat zwar gesprochen, es kam kein Elon Musk. Bitcoin wird nicht den US-Dollar erst einmal ersetzen, aber es werden auch keine BTC unter Trump verkauft, sollte er Präsident werden. Das war jetzt mal so ganz kurz das Wochenende zusammengefasst. Wir haben die 70.000 US-Dollar-Marke vor der Tür bzw. kratzen langsam aber sicher da dran, ob wir die jetzt erreichen werden. Das werden wir uns auf jeden Fall im heutigen Update-Video anschauen. Natürlich werden wir auch auf Ethereum, Gold und die anderen Charts dann auch einmal blicken und natürlich auch auf unsere laufenden Trades. Ansonsten, bevor wir schon mal starten, lasst dem Video gerne ein Like da, abonnierter Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe reinschauen, wenn ihr Bock habt auf Updates. News und Signale, kommt da gerne rein. Den Link dazu findet ihr kostenlos unten in der Videobeschreibung. Und denkt auch dran an das BingX-Gewinnspiel in Anführungszeichen. Einfach eure User-ID entweder hier in Telegram reinschreiben oder hier unter das Video. Und dann seid ihr schon im Endeffekt im Lostopf drin. Die Gewinner werde ich dann heute bzw. morgen dann weiterleiten auf jeden Fall. Und wenn ihr da noch keinen Account habt, Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung, wie immer. So, jetzt aber rein in den Chart. Wie gesagt, Bitcoin momentan bei 69.500 US-Dollar. Wir sehen, ja, nächsten Pump zu Wochenbeginn. Wenn wir uns das mal auf einen 1-Stunden-Timeframe angucken, sehen wir auch, dass wir ein höheres Hoch hier auch erreicht haben. Jetzt zu Wochenbeginn auch ein bullisches Zeichen. Rückblickend, das war ja der Plan von Freitag, bild ich mal ein. Ich glaube, ich war das letzte Video, dass wir hier nochmal einen Rücksetzer kriegen. Und dann erst dieses Ziel hier in Angriff nehmen. Wäre meiner Meinung nach auch immer noch das bessere Szenario gewesen. Aber gut, man kann nicht alles haben. Im 4-Stunden-Timeframe wäre jetzt die nächste Hürde dann im Endeffekt nur noch die 70.600 US-Dollar. Ihr seht hier die blaue Linie. Das ist unsere Ineffizienz. Wir haben hier noch den Pivot, der jetzt doch bis Mittwoch hier oben gilt. Also es ist nicht unwahrscheinlich, dass wir den jetzt sogar noch im Laufe des heutigen Tages oder spätestens in den nächsten 2-3 Tagen antesten. Und dann wird es wirklich erst interessant werden. Ich gehe immer noch davon aus, und daran hat sich nichts geändert, dass wir immer noch hier in entweder Richtung 58.000 beziehungsweise immer noch in Richtung 50.000 US-Dollar hier unten abverkauft werden. Daran hat sich nichts geändert. Daran bleibe ich auch erst einmal. Für mich hat sich an der Gesamtsituation einfach nichts geändert. Ganz im Gegenteil. Die Divergenzen werden ehrlich gesagt hier, wenn wir uns das mal ganz kurz angucken, immer immer mehr im RSI. Und das Volumen dafür steigt jetzt auch nicht wirklich. Also die Anzeichen sind nicht wirklich bullisch. Das Einzige, was uns immer noch eben Hoffnung gibt, sind die Funding Rates, die absolut normal sind. Und nicht wirklich hergeben, dass wir jetzt irgendwie zu viele Longs im Markt hätten oder sonstiges. Aber das Sentiment ist für mich einfach immer noch nicht wirklich bullisch. Short-technisch bin ich momentan gerade am überlegen, ob wir hier zwischen 70.400 und eben 71.100 US-Dollar diesen Short eingehen. Für mich immer noch das wahrscheinlichste Szenario hier im Endeffekt dann den Short einzugehen. Beziehungsweise dann auch hier irgendwo dann den Stop-Loss aufzusetzen bei 72.000 US-Dollar. Macht wahrscheinlich mehr Sinn, irgendwo in diesem Preisbereich über unserer Range hier, also unsere gesamte Range, die wir hier gebildet haben, irgendwo den Stop-Loss dann zu setzen. Aber wie gesagt, da werde ich jetzt heute am Montag, gehe ich ungern in den Trades rein, spätestens dann morgen aus. Das sollte sich jetzt irgendwas noch im Laufe des Tages tun, wo wir sagen könnten, okay, da können wir noch reingehen. Denn ansonsten tut sich im Chart ehrlich gesagt relativ wenig, das ist jetzt erstmal so das Hauptszenario Short irgendwo in diesem Bereich hier oben. Dann mit Ziel erst einmal 58.000 US-Dollar, der Rest wird sich dann erst einmal zeigen. Gehen wir rüber zu Ethereum, aber hier aktualisiere ich nochmal ganz kurz den Chart, weil mir das nicht so ehrlich gesagt gefällt und ich gerne meine Linien und sowas hätte. So, jetzt nochmal Ethereum rüber, wenn es laden würde. Auch hier, das war das Szenario, wo wir darüber gesprochen haben am Freitag, das machen wir mal ganz kurz weg hier die Linien. Da sind wir leider nicht mehr hingekommen für den Long. Ziel grundsätzlich schon mal erreicht, das Golden Pocket, beziehungsweise hier das 0786, da bleibe ich auch erstmal noch dabei. Also das Ziel an sich bleibt, könnte aber auch dann auch noch mit Bitcoin sehr, sehr gut zusammenpassen, dass wir hier noch im Endeffekt die 70.4 abholen. Bei Ethereum dann entweder hier in Richtung 3400 US-Dollar oder sogar nochmal ein bisschen höher gehen in Richtung 3440 US-Dollar. Also das ist jetzt erst einmal so die kleine Box, die ich jetzt sagen würde, die könnten wir uns jetzt erstmal abholen. Ich mache mal hier ganz kurz den grünen Kasten rein. Das ist so der Preisbereich, wo Ethereum jetzt erst einmal landen könnte jetzt im Laufe des heutigen Tages und auch hier dann für uns interessant werden könnte für einen potenziellen Short-Entry. Chart-Technisch muss man hier aber sagen, Ethereum spiegelt so ein bisschen die Bitcoin-Dominance wieder. Und apropos Bitcoin-Dominance, das können wir uns auch mal ganz kurz angucken, die steigt nämlich immer weiter, das heißt weiterhin keine Altcoin-Season. Bitte immer mal ein bisschen den Blick behalten, Altcoin-Season ist erst, sobald wir hier, und da gehe ich jetzt nochmal ganz kurz auf den Daily-Time-Frame ein bisschen genauer ein, wenn wir unseren Trend hier brechen. Das sieht nicht nach Altcoin-Season aus, das sieht nicht nach Altcoin-Season aus und das sieht auch nicht nach Altcoin-Season aus seit Juni 2023. Also da hat sich nichts geändert. Lasst euch da bitte nicht in irgendwelche FOMO oder sonstiges reinhauen. Auch der ganze Altcoin-Markt momentan zwar grün, hat aber auch wieder ordentlich Verluste gemacht, deswegen lasst euch da auch nicht in irgendwas reinziehen. Sucht euch wichtige Support- und Resistance-Zones und kauft danach ein oder verkauft danach. Es sind momentan gute Chancen zu akkumulieren, aber bitte keine FOMO kriegen, egal was YouTube euch sagt. Ansonsten, wie gesagt, spiegelt das so ein bisschen den Bitcoin-Dominance-Chart ein bisschen entgegen. Auch hier sinkende Kurse seit Wochen bei Ethereum, während Bitcoin langsam wieder an seinen Highs kratzt, deswegen muss man hier ein bisschen vorsichtig sein. Ansonsten, wie gesagt, das ist so der nächste Short-Entry, den ich mir jetzt vorgestellt habe. Schade, dass die Long hier nicht mehr abgeholt wurde, aber gut. Ansonsten tut sich hier auch relativ wenig. Gehen wir mal rüber zum Gold-Chart. Auch hier leichter Pump und ebenfalls gleiches Szenario, wir wurden hier nicht mit einem doppelten Boden abgeholt. Also dieses ganze Szenario, was ich am Freitag mir so schön ausgedacht habe, mit überall doppelten Boden und dann nochmal ein bisschen die Zonen hier abholen. Vor allem bei Gold, weil wir hier drei Wicks hier unten haben oder wenn wir den hier drüben sogar mitnehmen, noch vier, wo Liquidität liegt. Wurden alle nicht abgeholt. Mal schauen, wie das jetzt im Laufe des heutigen Tages wird. Ob wir hier nochmal hochkommen in den Bereich von 2414 bis 2421, wäre immer noch für mich okay für einen potenziellen Short, den wir dann im Endeffekt dann hier unten mit einem Long dann switchen könnten. Aber da müssen wir jetzt erstmal noch ein bisschen abwarten, ist noch ein bisschen zu früh dafür. Ansonsten tut sich auch hier erstmal wenig und wir müssen abwarten. DAX läuft weiter in die Position, auch hier keine Änderung. Und dann noch, last but not least, Euro gegenüber dem US-Dollar hat zwei Take-Profits erreicht. Den Rest müssen wir jetzt ehrlich gesagt erstmal abwarten, wie es weitergeht. Der dritte wäre dann hier unten bei 1,081 Euro. Und dann wäre ich auch hierfür, um eine kleine Long-Position zu eröffnen. Das heißt, hier auch, wenn wir mal ganz kurz das FIP-Level ziehen, wenn wir mal ganz kurz das FIP-Level ziehen, es ist Montag, so. Kurze Erholung hier hoch in den Bereich der 1,089 Euro wäre eine Option, eine erste Option, sage ich mal, in das Golden Pocket oder zumindest mal ins 0,05er bei 1,088 Euro. Um dann, sage ich mal, die nächste Abverkaufsfälle hier runter zu kriegen oder sogar in Richtung 1,076 Euro. Das sind so momentan die zwei Optionen, die ich ein bisschen im Hinterkopf habe. Ansonsten tut sich wenig, S&P 500, Erholungszeichen, den VIX, also den Volatilitätsindex, haben wir angesprochen, wurde erst einmal abgelehnt an unserer Widerstandslinie. Das heißt, momentan Korrekturrisiko beim S&P 500 noch nicht gegeben. Trotzdem sollten wir den Chart immer mal ein bisschen im Auge behalten. Ansonsten war es das von meiner Seite für den heutigen Montag. Es ist relativ ruhig noch, Short-Szenarien eher überwiegend, meiner Meinung nach, diese Woche, anstatt bodenlos long zu gehen oder bodenlos in Altcoins zu gehen. Ja, dann war es das. Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen. Wir hören uns auf jeden Fall morgen wieder zu einem kleinen Update-Video. Bis dahin, ciao, ciao und wie immer, stay quick.